Hier seht ihr jetzt einen Vorschlag und zwar habe ich da aus normalen Zaunlatten drei Winterkinder bemalt, damit Stoff beklebt, Mützen drauf, Haare aus Seelsaal und das alles in grün-gold-weiß, weil ich denke das passt immer zu jeder Dekoration. Vielleicht gefällt euch ja das auch. Unten sind beleuchtete Rehe, die haben eine Lichterkitte innen drin und das wirkt in der Nacht beim Dunkeln ganz wunderbar und so richtig romantisch.